Alter, kann ich auch die Müllabfuhr klauen? Was? Sehen, bitte! Na also... Easy peasy, para! So, ich kaufe mir davon jetzt direkt so einen powerbetriebenen Dildo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Hersteller von Red Faction Guerrilla hat eine Remastered Edition von diesem Spiel rausgeklippelt. Und ich habe eine Version bekommen, um sie euch zu zeigen. Red Faction Guerrilla war damals ein extrem übermäßiges Lieblingsspiel von mir. Ich glaube, ich habe es auf der Xbox gespielt. Und das Geile daran ist, dass man die ganzen Gebäude und so einfach zerstören kann. Das ist der Überkiller. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Das werde ich vielleicht auch im Stream ein bisschen zocken. Wir retten natürlich den Mars hier. Das ist unser Zeichen da. Free the Mars. Tja, und da komme ich ins Spiel. Boom, mein Freund. Alter, Remastered. Ich habe einen Hammer dabei. Und ich habe auch so einen, genau, Minen. Ich nehme erst mal den Hammer. Für das kleine Geschäft. Guck mal hier. Batsch! Ist das nicht edel? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, und was glaubt ihr, was abgeht, wenn man sowas einstürzen lässt? Oder sowas hier, ne? Alter, müsst ihr jetzt labern, wenn ich am Arbeiten bin? Achtung. Eins. Im Moment kann ich nur zwei von denen gleichzeitig schmeißen. Ob das schon reicht? Oh! Uh, 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 uh. Ein schönes kleines Silo habt ihr da. Aber nicht mit mir! Bam! Bam! Sag mal, wie hält sich das Ding fest? Was sind das für stabile Geschichten hier, die die da gebaut haben? Moxian! Alter! Hallo? What the fuck? So, das Haus müssen wir hier natürlich ganz kontrolliert sprengen. Ist klar. Erst mal hier die Seite wegropfen. Und vielleicht hier so ein Mittelstück. Gucken wir mal, wie es von außen aussieht, ne? 3, 2, 1. Jacques Chirac. Gut, der Raum hier ist ja fast... Oh, ah, da liegt ganz viel Schotter rum. Sehr schön. Diesen tragenden Pfeiler hier, den brauchen wir auch nicht. Das Weitere brauchen wir das hier nicht. Grundsätzlich hält man sich im Gebäude auf, wenn man sprengt. Boom. Sehr schön. Da eins hin und hier eins hin. Feuer. So geil. So, das Gerippe ist schon ziemlich freigelegt. Ich glaube, da vorne ist noch ein bisschen was steht. Ist hier noch irgendein... Guck mal, hier, die Ecke. Die Ecke muss auf jeden Fall weg. 3, 2, 1. Hö! Ja! Uh! Das ist so geil. Return to Dan. Ne. Ich habe ja noch einiges zu tun. Guck mal her, die Tanks sind ja komplett leer. Aber was ist denn das für ein blöder Tank? Oh, oh, oh. Wo rollst du hin? Warte. Nein. Wie soll ich da deinen Scheiß absammeln? Ich habe jetzt hier Zeit, Dan. Ich verlege gerade ein Rohr. 3, 2, 1. Zeru! Batsch, Alter. Ich blick hier rum. Oh Gott, ich stehe hinten drin. Schlecht, schlecht. Oh! Wie, du bist doch halb ganz. Jetzt gehen wir ganz kaputt, Mensch. Jawohl. Na also. So, Dan. Ich bin fertig. Wie sieht es aus? Oh no. Shit. Enemies. Das sind doch die Dropships von Half-Life, oder? Uh! Dan? Ich habe Dan getroffen, aber mich nicht. The fuck? Das ist echt cool. Da kommen voll die Erinnerung hoch. Mhm. Mhm. Ja, gut. Das muss reichen. Dankeschön. Wollen wir mal hier die Mauern weg. Wie schrecklich ist das bitte schön? Was ist das hier für ein Design? Du, auch. Das ist nicht wichtig, oder Leute? Upgrade your tools. Was ist das für ein Ding? Savage Collector. Das klingt schon mal sehr vernünftig. So. Ist hier kauft. Ist es jetzt hier kalt oder warm? Eigentlich ja kalt, ne? Ist ja da maß. Hülle. Leute, das ist meins ab jetzt. Das ist mein Auto. Ihr habt Waffen hier? Bin ich verrikt, oder was? Bumm, Alter. Hat jemand hier irgendein Problem mit mir? Du vielleicht. Guck, wie die da rumlaufen. Alter, was wollt ihr in meinem Auto? Könnt ihr mal weggehen? Ihr macht Kratzer rein. Hey. Geh mal weg jetzt. Oh shit. Alter, was für ein schicker Ding. So, was ist da oben noch so? Leute, wo geht es denn hier hin? Ist das der offizielle Weg? Das ist der Weg. Hallo. Leute, kann ich jetzt Zeug da kaputten machen? Brauchen wir das noch? Alter, kann ich auch die Müllabfuhr klauen? Müllabfuhr aktivieren. Wie geil ist denn das? Bitteschön. Warte mal, das sind die Bösen, gell? Hey Männer. Was ist, wenn ich mich jetzt einfach... Was ist mit ihm los? Alter, hol da von dem Fahrzeug. Kann ich ja rausschießen? Nee. Weh, du schießt, gell? Alter, voll ein. Ich nehme mal eben so eine Mission an. Komm. Mission. Okay. Mhm, mhm. Ja, ja. Demolition. Kann ich. Mach ich dir. Mach ich dir. Passt schon als Beschreibung. Reicht mich vollkommen. Der Müllabfuhr hat heute doppelt so viel zu tun. Achtung, Müllabfuhr, Kollege. Ich muss hier mal vorbei. Okay, dankeschön. Alter, was ist das für ein Golfkart? Leute, Leute, sorry, aber ich muss kurz den Müll wegfahren. Alter, der Mars ist so hübsch. Ich freue mich schon, wenn wir da sind. Meißen ist echt so ein richtiger... Ach, ein richtiger Einlauf. Guck mal, guck mal, was er macht. Wie er hoch schlendert. Meißen, haben wir gerade Zeit für sowas? Da ist ja noch eins. Ressortze, Ressortze. Das nächste Teil meine ich mit Stil. Also, wir zerstören jetzt hier ein Haus. Wahrscheinlich höchst unauffällig. Halt, stopp, hier lang. Das wird doch easy. Welches Haus muss ich jetzt zerstören? Das Ding da oder was? Die verkackte Bruchbude. Lächerlich, Mann. Guck mal, schieße ich da hin und schon hat sich das erledigt, das Haus. Wie ridiculous ist denn das, bitteschön? Was ist denn da vorne? Bye, bye. Wie, du stehst noch? Wow, 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 da kommen Leute. Sir? Alter, bam! Es ist überhaupt nicht easy, Mann. Der hat gelogen. So, bye, bye, B. Okay, gehen wir auf Nummer sicher. So, bye, bye. Easy peasy. Alter, da ist eine feindliche Milapur. Baba. Nicht mit mir, Milapur. Nicht mit mir. Oh shit. Nein! Nee. Hä? Alter, zurück bin ich so stark. Dieses Spiel habe ich gesuchtet wie ein Wahnsinniger. Es gibt da auch noch so Modi, dass du eben nur auf Zerstörung gehst und gewisse Ziele erfüllen musst. Also, beziehungsweise so und so viel Zerstörung in x Zeit anrichten musst. Das ist einfach so krass. Mit Kumpels an der Xbox gehockt und nacheinander versucht, den Rekord vom anderen zu brechen. Also, das ist ein Hammer spielen. Boom! Oh, 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 oh. Ich habe ausdrücklich die Rohre kaputt gemacht. Die sind bestimmt nicht wichtig. Nein, die sind nicht wichtig. Keine Ahnung. Ich habe vom Auto... Oh, oh, shit! Shit! Ich bin einfach in die Basis reingefangen. Easy peasy. Para! So, ich kaufe mir davon jetzt direkt so einen powerbetriebenen Dildo. Oh, ihr habt das repariert? Sehr gut. Denen scheinbar sehr wichtig hier, das Ding. Tja. Und mir ist wichtig, dass es kaputt ist. Ihr guckt viel zu viel Fernsehen. Und hier so ein Vordach. Braucht niemand. Wenn ich aggressiv, will ich das Vordach sein. Ah! Oh, shit! Wir können vier setzen oder was? Alter, bumm! Jetzt wird gerockt! Oh, wie schnell das helfen geht. Guck mal. Boom. Ja, also für jeden Fan der Reihe ist es sicherlich eine geile Sache. Wobei ich gerade nicht weiß, wie viel es kostet, das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt für 20, 30 Euro dann nochmal kaufen würde, weil ich ja das alte schon habe. Leute, geh mal zerstören. Müllabfuhr, los, los! Was? Sehen, bitte! Was ist denn das? Destruction Target. Weg, du mit! Das hier ist ein Destruction Target. Komm, ich fahre einfach mal rein. Hallo, die Müllabfuhr ist da. Und die Sache mache ich jetzt ausschließlich mit der Müllabfuhr. Die alte Bärta wird da doch noch reinkommen. Hoppa! Na, also! Das geht doch. Das geht doch. Oh. Oh shit. Irgendwie hänge ich. Bärta, nein! Ich glaube, da ist so ein kleines Ding perfekt. Bitte Ruhe jetzt, gell? Ich muss mich konzentrieren hier mit meinem... Scheiße. Ich muss ja eigentlich von vorne ran, ne? An die ganze Geschichte. So, wenn ich mich nur... Wie ich da drin sitze, in dem kleinen Teil, in dem Mason-Hop, jetzt fände ich mal an. Komm, Mason, wir müssen jetzt in die Müllabfuhr. Ja! Ja! Alter, was ein tollkühner Plan, der funktioniert hat. Ich habe selbst nicht an mich geglaubt, aber es hat geklappt. Batsch! Wuh! Hihihi! Hahaha! Mal gucken, was da oben ist. Ich bin gespannt. Die lasse ich stehen. So als Warnmal. Wenn die Müllabfuhrgebühren nicht bezahlt. Ja? Hat eine Leiter ins Nichts. Das ist so ein geiles Random. Kann ich da drüber, oder geht das dann kaputt? Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Alter, das geht. Das geht. Bam! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alles cool, alles cool, alles cool. Ich habe es im Drift. Batsch! Wie ein edler Elefant. Und runter. Ey, das Ding ist der Hammer. Es qualmt zwar schon so ein bisschen und hört sich irgendwie komisch an. Erstmal das hier weg. Oh, oh. Jetzt haben die weniger Kontrolle, wenn wir hier am Start sind, ne? Es ist im Arsch, es ist im Arsch, das Auto ist kaputt. Fuck, fuck. Fuck! Mein Apf, oh nein! Das war schon dermaßen ein gutes Auto. Ich kann nicht glauben, wie gut das Auto war da, das Ding. Im Moment sieht es ja eher schlecht aus für die Edith. Danke. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Ich kenne das Geschütz, geh weg. Alter. Oh. Das hat Ihnen nicht so gut gefallen. Aber egal, ich muss hier auch mal ein bisschen nachhelfen, Jungs. Hier, meine Nummer zwei für euch. Plopp. Hier. Plopp. Oh. Oh, der fährt ja immer noch. Die war ultra akkassiert, Alter, krass. Alter, was sehen wir in den entzündeten Augen? Hier ist noch was rot. Eins. Zwei. Und danach kommt direkt fünf. Plopp. Oh. Ja. Wupp. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Mason Hopp, du eingestuhltes Kind. Oh mein Gott, sind das viele. Bist du gegen mich und den Toten? Geil. Was? So, Leute. Abkürzung durch eure Mutze hier. Dankeschön. Da ist jemand. Ich rette dich. Okay, renn erstmal raus. Genau, renn raus. Renn raus, Boy. Alter, er hängt. Er stuckt. Er stuckt da drin. Komm da mal raus. Komm, 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 komm. Das Ding steht immer noch. Ja. Oh, 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 oh. Bitteschön. Ich glaube, das ist so eins von diesen Minigames. Und zwar. So. Bum. Bum. Pass auf. Der Plan ist folgender. Ich schieße mir das auf, damit ich besser reinschmeißen kann. Scheiße. Hat nicht so ganz funktioniert. Und immer direkt draufballern. Falls das Ding sofort zusammenstürzen wird. Komm, 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 komm. Da drüben noch. Go, 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 go. Nein, 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 nein. Da drüben noch. Komm, komm, komm. So. Bum. Zerstört. 49 Sekunden, Alter, ey. Ich weiß, Profi. Macht einfach ultra viel Spaß, den ganzen Shotter kaputt zu machen. Das ist cool. Ja, sowas. So Fahrt durch die Rohre. Super sexy. Macht super Spaß. Denk dran, du schießt immer auf den nächsten oder... Nee, hä, hä, ist dein Gegner. Oder muss da jemand dafür drin sitzen. Kann auch sein. Was ist das hier eigentlich, Leute? Was ist denn das hier? Oh. Das brauchen die doch bestimmt nicht mehr, oder? Guck mal, hier mal so ein Zapfen dran und da oben. Bum. Und dann ist der Zapfelschleich. Bup. Bye, bye. Hey, buddy, hapert die. Fuck off from my Pappity. Oh, shit. Ich hab einen Menschen über... Oh, fuck. Ist da weit geflogen. Wir brauchen so ein bisschen mehr Penetration. Und zwar jetzt. Ja. Guck mal, guck mal. Boom. Na, also. Oh, 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 oh. Das war leicht knapp. So, Müllabfuhr, los geht's. Alter, das Ding ist so stabil, ey. Ist krass. Nochmal was zum Kaputt machen. High Important Target. Ah, ja. Da mach ich sowas von mit. Achtung. Uhuhu. Fast hin. Bitte. Destroyed. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Boah. Wie alles wegfliegt. Mach ich dir hier auch mit dem, mit dem krassen Überauto hier. Pass nicht, der locker. Pass nicht, der die weg. Boom. Es ist wie ein Wurm. Okay, jetzt geht er hoch. Jetzt geht er gleich hoch, der Wagen. Weg, weg. Fuck, 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 fuck. Oh, Alter, der hat mich am Kopf getroffen. Shit. Okay, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich mich gerade mal so durchkämpfen. Ein bisschen viel. Komm, na, auf auf mich. Oh, fuck. Ich ging gleich da. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ja, ich kann euch das Spiel echt nur empfehlen. Es ist wirklich der Hammer. Oh, no. Ich habe euch die ganze Zeit, habe ich euch gerettet. Und dann kommt sowas. Das war ein schöner Ausflug in die, ja, vor kurzem noch geschehene Vergangenheit. Ihr wisst ja, was ihr mit den Daumen machen könnt und so weiter. Und dann, wenn es euch gefallen hat. Meine Haare sind halt so ganz komisch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.